Heute vergleiche ich das Google Pixel 4a 5G mit dem Pixel 4a. Nach diesem Video kennt ihr die wichtigsten Unterschiede. Ich stelle die unterschiedlichen Fakten der Geräte in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften gegenüber. Am Ende des Videos bekommt ihr ein Gesamtergebnis. Schaut euch unbedingt auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an. Ich habe euch beide Handys unten verlinkt. Design In der Kategorie Design ist das Pixel 4a mit 54 zu 51 Punkten knapp vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. 25 Gramm leichter, 4,6 Millimeter schmaler, 9,9 Millimeter kürzer und 12,2 Prozent geringeres Volumen. Bildschirm. Beim Punktbildschirm ist das Pixel 4a mit 66 zu 61 Punkten knapp vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen. 7,3 Prozent höhere Pixeldichte und Bildschirm ist immer an. Das Pixel 4a 5G kann auch punkten und folgenden Vorteil. 6,7 Prozent größere Bildschirmgröße. Leistung. Im Bereich Leistung gewinnt das Pixel 4a deutlich mit 80 zu 72 Punkten. Das Pixel 4a 5G hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. 1,3 Prozent schnellerer Prozessortakt, ein Nanometer kleinere Halbleitergröße, 267 Megahertz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit, 2,1 Gigabyte pro Sekunde größere Arbeitsspeicherbandbreite und 4 Gigabyte größerer Speicher. Kameras. In der Kategorie Kameras ist das Pixel 4a 5G mit 65 zu 62 Punkten knapp vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. 2,3-fach mehr Megapixel der Hauptkamera, zweifach bessere Qualität der Videoaufnahme, hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor, BSI, hat kontinuierlichen Autofokus bei Videoaufnahmen. Es hat eine Doppelobjektivkamera und ein Mikrometer größere Pixelgröße der Hauptkamera. Das Pixel 4a kann auch punkten und hat folgende Vorteile. Es bietet eine manuelle Belichtungssteuerung, schießt 360 Grad Panorama und es bietet eine manuelle Verschlusszeiteinstellung. Audio. Bei der Kategorie Audio kommen beide Produkte auf 62 Punkte. Es gibt hier keine größer abweichenden Merkmale. Akku. In der Kategorie Akku sind beide Smartphones ebenbürtig mit 64 Punkten. Das Pixel 4a 5G hat folgenden Punkt vorzuweisen. 24% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Im Bereich Eigenschaften ist das Pixel 4a 5G mit 87 zu 83 Punkten knapp vorne. Es kann hierdurch folgende Vorteile überzeugen. Zweifach schnellere Downloads, ist von der Digital Living Network Alliance zertifiziert, 2,8-fach schnellere Uploads und unterstützt 5G. Ergebnis. In der Gesamtwertung liegt das Google Pixel 4a 5G mit 73 Haarscharf vor dem Google Pixel 4a mit 72 Punkten. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video klicken. Falls euch dieser Vergleich gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen hoch. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch gerne für welches Smartphone ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.